Das Hotel Blue Silos Fiskos liegt in Puerto del Carmen in Lanzarote. 50% der Gästen empfehlen das Hotel weiter. Insgesamt haben 52 Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,8 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Nun die Bewertungen im Detail. Service. Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 4,1 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 3,9 von 6 Sonnen. Zimmer. Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 3,8 von 6 Sonnen. Gastronomie. Die gute Küche dieses Hotels wird von den Gästen mit 3,8 von 6 Sonnen bewertet. Sport und Unterhaltungsprogramme. Das Unterhaltungs- und Sportprogramm empfinden die Gäste als akzeptabel und vergeben. Hierfür 3,7 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. In der Kategorie Hotel allgemein bekommt das Hotel eine mittelmäßige Bewertung. Einige Gäste haben keine Probleme mit dem Zustand und der Sauberkeit des Hotels. Es erhält 3,4 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.